Angels are me, 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 Angels are me. Marcel Kallo, Hingabe an das Heilige Herz. Hallo liebe Kinder, hier ist wieder euer Schutzengel. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass in der kalten Winternacht in Bethlehem das kleine Herz des Jesuskindes voller Liebe für dich und mich brannte? Der selige Marcel wusste, wie sehr Jesus ihn liebte und er liebte Jesus von ganzem Herzen. Jeden Abend nach seinen Gebeten, bevor er ins Bett ging, küsste er liebevoll das Bild des heiligsten Herzens Jesu, das über sein Bett hing. Jeden Tag versuchte er, andere zu lieben, wie Jesus es tat. Lasst uns auch das heiligste Herz Jesu lieben und versuchen, ihm allen ähnlich zu werden. Jeden Tag. Der Bibelfers für heute, Matthäus Kapitel 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das Gebet für heute. Heiliges Herz Jesu, sei meine Liebe. Die Aufgabe für heute. Stelle eine Blume vor das Bild des heiligsten Herzens Jesu und schenke ihm etwas Zeit im Gebet und schenke ihm deine Liebe. Angels Army, Angels Army Angels Army, Angels Army Angels Army Die Arbeit und Ronch Die Augen